Hi, hier ist mal wieder Angie Zeitz-Wurz. Ganz viele von euch wünschen sich ein Your Wishes, da ist die Kamera, das ist geil. Your Wishes Video für YouTube von mir. Schreibt mir doch einfach mal drunter, was ihr sehen wollt. Am besten irgendwas, wo ich nicht extra eine Luftmatratze oder sowas kaufen muss. Oder Riesenballons. Gut, die habe ich da, aber... Also mit den Inflats sieht es gerade ein bisschen schlecht aus. Deswegen Luftballons wäre mir da viel lieber. Und ich rauche immer noch nicht, also bitte nichts mit Zigaretten oder sowas in der Richtung. Ach ja, meine aktuelle Haarfarbe ist die da. Also ja, schreibt einfach fleißig drunter, was ihr sehen wollt. Und dann mache ich euch euer Video gleich am Sonntag fertig. Tschüssi! 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 Vielen Dank.